Guck mal, hier will ich gar keine scheiß Geschäfte haben. Hier soll eigentlich die Super High Society leben. Was ist mit Shopping-Angeboten, die Dächte? So, was ist denn jetzt schon? Wir haben noch mehr Gefängnisse. Die Einzelpolizei schafft die Arbeit allein nicht, Bürgermeister. Wir sind jetzt eine große Stadt, es wird Zeit, den Service auszubauen. Sie haben jetzt Zugang zum Polizeireviel, damit können wir auf die neuesten Hilfsmittel zurückgreifen, um Verbrecher zu fahren. Mach ich. Das bringt jetzt alles nichts. Das muss alles jetzt ein bisschen höher. Und auf andere Städte können wir jetzt nicht. Standort für Großprojekt. Solaranlage. Internationaler Flughafen. Raumfahrtzentrum. Arkeologie. Ich denke mal, wir nehmen internationalen Flughafen oder Raumfahrtzentrum. Meiner Meinung nach das Sinnvollste. Vor allem, wo bauen wir das Polizeireviel dann hin? Das ist ja auch normal. Und das kostet. Ja, ne, eigentlich könnte man das dann hierhin so bauen. Schön da hin. Ja. Das wird dann so. Das. Ja, ne. Ich glaube aber als allererstes müssen wir Schulen bauen. Wenigstens eine Schule. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich machen kann. Na, wir hatten jetzt hier schon wieder Probleme. Zu wenig Abnehmer für Lieferung. Ja, ich weiß. Was ist noch? So. Gucken wir mal hier. Komm. Wieso habe ich denn jetzt wieder Geld verloren? Hatte ich mich gerade irgendwie? Mal wegen Krediten. Na, scheiße. Der Verkehr ist ein Albtraum. Zum Glück gibt es ein Bus. Ja, das ist schon eine tolle Show. Oh ja. Geschlossen. Immer noch Mitarbeiter gesucht. Manche laufen gut, manche laufen weniger gut, ey. Gott. Ich werde hier sicher irgendwann noch total beschimpft. So, bist du voll. So, komm. Nur noch viermal Geld. Dann können wir endlich eine Schule bauen. Allerdings, wo wir die hinbauen, weiß ich nicht. Ich denke mal dann, dass wir... Dann machen wir das hier so. Dann nehmen wir hier so eine Mittelgrose. Das ist wenigstens. Zum Glück. Das ist wenigstens. dann machen wir glaube ich eine gerade straße verbindung ist weg verbindung und weg ach ne es ist schon gar nicht alles weg ach so ja kann ja auch gar nicht gehen weil dieses kackstück hier da ist das das ist toll dass es abgestürzt ist meine fresse jetzt haben wir auch noch ein bisschen straßenauslastung reduziert ist doch super so langsame feuerwehr ja geh mir nicht auf den sack ja ich muss aber die schuhe in dann wird auch die kriminalität sinken komm gib mir Schotter ja ja oh die Party geht ab die Party geht ab so alter hier jetzt voll in die Fresse so und jetzt müssen wir uns um die Polizei mal ich denke mal wir werden dann noch ein polizeirevier hier aufstellen ne 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 dann können wir uns einen neuen im prinzip holen mit 50.000 ja ich glaube wir warten jetzt noch mal ein und dann machen wir das geschlossen wir stellen neue leute ein was kann man hier bauen ich wollte gerade sagen eins werden sie aber haben schützt das gebäude Oh Gott, scheiß Mikro, Mann. Wir können jetzt noch 55.000 Dinge ins Kredit nehmen, aber dafür brauchen wir erst mal 45.000, Ach Gott, das ist ja echt heavy. Na, ich glaube mit Krediten lassen wir es erstmal, weil dann haben wir auch mehr Geld zur Verfügung. So, dann müsste jetzt ja auch bald die Technikstufe steigen. Unterricht für 0 ist ja nicht. 3.000, na, können wir dann später mal holen. Na, haben wir gleich schon wieder eine ganze Stunde voll. Es ist ja wieder schon Zeit für eine andere, nächste Folge, obwohl es eigentlich schon immer vier Folgen sind. Und dann bauen wir hier schön entlang. Das können wir eigentlich gerade schon mal wenigstens mit der Straße ein bisschen machen. Kurven müssen wir bauen. Ah, nee, das ist nicht gut. So, und jetzt kurven. 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 Dann machen wir das anders, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so, bitte hier so, so runterbauen. Dann machen wir einmal, ach so, nee, dann machen wir hier einmal schwupps. Ja, ich habe gerade andere Probleme als verlassene Gebäude, verdammt. Ja, wo ist denn verlassene Gebäude? Ach, Gewerbegebiete, die haben wir jetzt ja gar nicht mehr. Dann hauen wir die hier hin, das ist eh besser. So, und dann gucken wir jetzt noch, dass wir noch das restliche Gelb bekommen. Was ist los mit dem? Steuern zu hoch. Arbeitslosigkeit, ja. Was nu? Och, nee, die Wasserpumpe ist verschmuss. Oh, nee. Transportverschmutzt Wasservorräte. Wasser. Ja, sogar. Oh, nee. Okay. 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 Let's go. Das ist ein Geheimnis, das ist ein Geheimnis.